Hier sind wir in einem anderen Bay of Islands, nicht mehr in Neuseeland, sondern in Australien. Und hier ist es auch total schön. Das ist alles in der Nähe von den Twelve Apostles. Da ist Peter, der isst ein bisschen Brötchen und ich habe mein Müsli. Ja, und da ist unser Auto, ne?